Ach so, ja, das passt doch. Ja doch. Bin ich jetzt irgendwie kleiner? Ja. Ah, das bringt's also. Geheimer Gen Sombra! Oh ja, hier, das passt zu mir. 1, Runde 2, nehmen sie den Zeug. Die Marine sind stärker. Ja, die sind einfach nur fetter, genauso wie du. Hey, ich bin schmal, flink und sexy hier im Spiel. Ja, im Spiel, ja. Wie ist es im Bühleife? Im Bühleife bin ich nur schmal. Ich kann nicht mehr... Ach, nee, mir war Besten? Ich kann nicht bemerken. Hey, unsere Mercy ist super. Ich bin tot. Alter. Alter. Rio. You are so salty. Why are you? Tschüss, merci. Hey, Diva. Kannst den besten Kill töten? Äh, ne Er hat seine Ulti, ne? Ich bin eh schon tot Der Soldier hat die ganze Zeit Ist er auf mich gegangen Er hat ein bisschen abgefuckt Ich wache Hast du das auch gehört? Ja Gut gemacht Und dann sterbe ich an so'n Gegner Alles überlebe ich bis auf Soldier Ja, von Level 12 war es uns Rennen wir sie ganz schön gut, ne? Ah, diese Ult hat's gekillt von uns Boah, 12 Gegner schon wieder gehackt Komm schon, Weeper, das schaffst du Setz deine Todesklaue ein Ha, mit Bastion haben die halt die gute Verteidigung will die neue a alle hoho hätte wie lange dauert das bis sich wieder rein kann liegt das an mercy die 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 Ich nehm jetzt mal Sniper mit, vielleicht bringt das was. Musstest du den Ball weghauen? Ja, ich will das auch schaffen. Ich hab sogar den Erfolg, Stirb 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 bekommen. Ich hab ihn gerade unaufhaltsam den Ding, das Ding bekommen. Es bringt, also was macht man, muss man für dieses Stirb 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 eigentlich machen? Ich glaube 5 Stück mit 4 oder 5 mit der Ulti umbringen, gleichzeitig. Wenn dann 4 wahrscheinlich. Jo, ist das Risiko. Oh! 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 Nein! Hast du gerade gesehen, wo ich hingeflogen bin? Oh! Auf die andere Seite! Das ist irgendwie so geil, als Rüeber da drin einfach so rumzulaufen und alles abzuschießen. Die Gold bekommt man da so schnell. Oh, Fairright noch einnehmen. Boah, Alter. 10.000 Schaden gegen Helden. Wow. Ich habe gerade 8 Heilungen verursacht. Ich habe 1000 Heilungen verursacht. N hat sich eher umgebracht, bevor ich sie umbringen konnte. Anscheinend so eine Schande von dir getötet zu werden. Boah, ich glaube, das wird eine Ulti werden. Meiner war besser. Einfach völlig. Tja, ich habe keine Lust mehr verursacht. Tja, ich habe keine Lust mehr verursacht. Tja, ich habe keine Lust mehr verursacht. noch schlimmer komm schon, das dürfen wir jetzt nicht verlieren wow die sind da alle und ich bekomme einen hast du einen ulti? ich habe die gerade gemacht aber die hat irgendwie nur einen gekillt so richtig lol ich komme reingesprung in den Ding alter was ist das hier für ein Ulti-Spiel nein aber das Spiel wird bestimmt viel EP bringen oder? ja es geht so lange ich bin auf Weepers Kopf gelandet ich komme so frei vom Gegner ich komme aus dem Fenster so und dann auf Weepers Kopf und erst mal bemerkt, dass keiner bis ich geschossen habe und erst mal bemerkt, dass keiner bis ich geschossen habe ich habe die geilste Position oder? ich bin irgendwie im Kreis gelaufen und wurde von Weeper verfolgt der hat auch schon auf seiner Ulti oder? mhm der steht aber auch immer gut oh mein dreifach Kill hat die Runde gerettet oder beendet ich habe keine Auszeichnung bekommen ey fdich ich sag's doch aber guck mal auf sein Level an ja 104 deswegen umso mehr dass ich das bekommen sollte hast du auch alle mit vollen Geist getötet? keine Ahnung unser Heiler war gut ja ich gebe unser Heiler also der ich habe Lucio gegeben oh ich habe Mercy oha jetzt Wheelie mir fehlt ein EP